Ah, die Bubbly Clouds. Als Stage 3. Auch ein Klassiker. Ja, wie schon gesagt, ich sollte diese Intros mal lieber wegskippen eigentlich, weil die hat eh schon jeder bestimmt 300 Millionen Mal... Ah, äh. Schon jeder 3000 Mal gesehen. Äh. Hm. Und jetzt. Äh. Eigentlich wollte ich den Mirror haben, aber naja gut, hat nicht geklappt. Oh, Leute. So. Das war ja mal nix. Na ja, haben wir schon Cracko als First Form. Ziemlich einfach, möchte ich sagen. Bam. Jo. Immer weiter, immer weiter. Da müsste meines Erachtens auch nur noch ein einziges Abschnitt kommen. Oh ja, das Mikrofon, ja. Das Mikrofon ist gut. Da kann was. Yeah. It's in death für alle. Ja, hat schon was. Also diese Sound-Effekte sind auf jeden Fall cool. Bam. Jo. So, jetzt wird's nochmal interessant. Yeah. Parasol. Ja, gehört mir zu meinen Lieblingsfähigkeiten. Unter anderem. Wir müssen skippen die Geheimtür einfach mal weg. Also ich weiß, da oben ist eine Geheimtür, aber... Ich lass's jetzt mal bleiben. Ich will jetzt... Autsch. Ich will jetzt lieber Cracko fertig machen. Autsch. Autsch, 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 Autsch. Hey. Okay. Ich stell mich jetzt grad wahrscheinlich wieder richtig blöd an. Okay. Ich stell mich wirklich blöd an. Also, anders. Und du haust ab. Gehst mir nicht auf den Sack. So, Cracko die zweite. Autsch. 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 Und lange macht das ja so oder so nicht. Bam. Jo. Mount Dididi. Das letzte Level. Für dieses Spiel. Ich hol mir lieber einen Parasol, Waddle Dee. Weil ich möchte ja eigentlich... Wo ist mein Poppy Brother hin? Na, er ist weg. Verflucht. Oh ne, da ist er. Genau, ich wollte mir nämlich die Bombe Ability holen. Das ist relativ einfach zu besiegen. Weil der jetzt immer feuerfrei. Immer schön Button smaschen. Na komm. Komm. Bist eh gleich fertig. Bam. Wunderbar. Gibt's ja nix zu sagen, ja. Ja, ja. Die bekannte Szene. der Colby als Heißluftballon entwendet da Schloss und fliegt mit dem... Äh... Mit den Lebensmitteln oder mit dem, was er von... Obwohl, eigentlich, er verliert so viele Lebensmittel. Ich frag mich, was er überhaupt noch von übrig bleibt. Und ich skippe mal ein Stückchen vor. Damit wir hier fertig werden. So. Da ist das Schloss angekommen. Und die Lebensmittel plumpsen auf die... Hungernde Bevölkerung herab. Next. Yeah, so ist es. Aber nicht jetzt. Machen wir in der nächsten Folge. Ich muss nur noch überlegen, was ich als nächstes nehmen. Okay, bis dahin. Ciao.